Willkommen zu unserem Podcast Das zuverlässige Wort. Ich heiße Anselm von der Faithful World Baptistengemeinde. Als Baptisten glauben wir, dass die Bibel Gottes Wort ist, dass Gott sein Wort bis heute zu 100% bewahrt hat, dass wir daher die Wahrheit in unseren Händen halten können. Wir wollen in diesem Podcast biblische Lehren einfach verständlich in kurzen Episoden erläutern, Irrlehren anhand der Bibel aufzeigen und aktuelle Ereignisse im Licht der Bibel bewerten. Außerdem werden wir zusammen mit Pastor Anderson in längeren Episoden einzelne Kapitel der Bibel Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. Bald schon am 31. Oktober ist der Tag, an dem sich Katholiken buchstäblich auf den Teufel einlassen, sich buchstäblich auf Dämonen einlassen, und zwar zu Halloween. Halloween bedeutet Allerheiligen Abend, und das ist der Vorabend zu dem Allerheiligen Fest der katholischen Kirche, an dem sie an verstorbene katholische Heilige denken, die natürlich allesamt in der Hölle brennen. Also Halloween ist tatsächlich ein katholisches Fest, das wissen die meisten gar nicht. Und du denkst jetzt vielleicht, oh super, dann kann ich ja Halloween feiern, denn das wäre ein christlicher Feiertag. Nein, das ist nicht. Die katholische Kirche ist nicht christlich. Die katholische Kirche ist ein heidnischer Kult und die größte Sekte der Welt. Ich habe schon viele Videos zu der katholischen Kirche gemacht, ich werde einige unten verlinken, darum geht es jetzt nicht wirklich. Aber die katholische Kirche ist nicht christlich. Sie nehmen einfach heidnische Bräuche, weil sie selbst Heiden sind, sie glauben nicht das richtige Evangelium, deswegen sind sie keine Christen. Sie nehmen einfach diese heidnischen Bräuche, die aus griechischer und römerischer Mythologie kommen und verpassen dem Ganzen einen christlichen Anstrich. Das ist der Ursprung, kurz zusammengefasst, der katholischen Kirche. Die Griechen und die Römer, sie haben all diese verschiedenen Götter verehrt. Jetzt verehren Katholiken eben Heilige. Sie haben damals zu biblischen Zeiten auch schon die Himmelskönigin angebetet. Rate mal, wer heutzutage die Himmelskönigin ist, das ist Maria. Und es ist natürlich nicht wirklich Maria, sondern letzten Endes wissen wir aus der Bibel, dass die Heiden Dämonen anbeten. Diese Heiligen, die sie verehren, diese Götzen, die sie verehren, dahinter verbergen sich laut der Bibel Dämonen. Lass mich dir ein paar Beispiele für diese heidnischen Bräuche zu Heiligen geben, an denen du siehst, dass dieses Fest ganz einfach vom Teufel ist. Erstes Beispiel Süßes oder Saures. Und du denkst dir vielleicht, aber Anselm, was hast du dagegen? Süßes oder Saures? Das ist doch einfach nur ein netter Brauch. Ja, Kinder gehen umher und sie wollen halt Süßigkeiten haben. Dieser Brauch geht aber wahrscheinlich auf das sogenannte Souling zurück. Ein Brauch aus England, der in einigen wenigen Regionen heutzutage immer noch praktiziert wird. Und bei diesem Souling gehen Kinder von Haus zu Haus und erbeten sich von den Leuten sogenannte Soul Cakes, also Seelenkuchen. Und im Gegenzug für diese Seelenkuchen beten dann die Kinder für die verstorbenen Verwandten, die im Fegefeuer sind. Aber nicht nur das, sondern diese Soul Cakes, die werden auch als Opfer dargebracht oder wurden als Opfer dargebracht für verstorbene Verwandte. Aber nicht nur das, sondern es gibt auch diesen komischen Brauch, dass Milch gegossen wurde auf Gräber von Verwandten. Warte mal, Milch gießen auf Gräber von Verwandten? Das ist bescheuert. Das ist genauso bescheuert wie im Hinduismus, wo Milch gegossen wird auf Götzen. Warum? Götzen sind tot. Sie können nicht essen, sie können nicht trinken, sie können dir nicht helfen. Die Bibel sagt im Hebräer Kapitel 9, Vers 27, dass es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Es gibt kein Fegefeuer. Es gibt keine Zwischenstufe vor der Hölle. Wenn ein Mensch nicht gerettet war, kommt er ins Gericht. Was bedeutet, dass er zur Hölle fährt? Denn niemand kann ein Gottesgericht bestehen. Und an diesen Bräuchen sehen wir schon, dass das Ganze natürlich zu 100% heidnisch ist. Besonders wenn es dann so weit geht, irgendwie Opfer darzubringen, Milch zu gießen auf Gräber. Und mir ist klar, dass das die wenigsten Leute heutzutage natürlich tun. Aber rate mal was, das ist nichts Unbekanntes. Wie gesagt, im Hinduismus ist es ganz normal, Milch zu gießen auf irgendwelche bescheuerten Götzen. Das ist nichts Neues. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Es ist ganz einfach hoffnungsloses Heidentum, das nichts anderes erwarten kann als den Tod. Weil sie keine Hoffnung haben. Sie haben kein Leben. Sie haben nicht den Herrn Jesus Christus. Die Bibel sagt in 1. Korinther Kapitel 10, Vers 19 bis 20, was sage ich nun, dass ein Götzer etwas sei oder dass ein Götzen Opfer etwas sei? Nein, sondern dass die Heiden das, was sie opfern, den Dämonen opfern und nicht Gott. Deswegen sage ich, dass Halloween vom Teufel ist. Sie opfern den Dämonen. Katholiken, die sich irgendwas davon erhoffen, auch wenn es einfach nur, nur in Anführungszeichen ein Gebet zu verstorbenen Verwandten ist. Es ist Götzendienst. Sie reden im Grunde genommen mit Dämonen. Wenn sie überhaupt mit irgendjemandem reden durch dieses Gebet, dann reden sie mit Dämonen. Die Bibel sagt in 5. Mose Kapitel 18, Vers 10, es soll niemand unter dir gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt oder einer, der Wahrsagerei betreibt oder Zeichendeuterei oder ein Beschwörer oder ein Zauberer oder einer, der Geister bannt oder ein Geisterbefrager oder ein Hellseher oder jemand, der sich an die Toten wendet. Aber lustigerweise ist das genau das, was Katholiken machen. Auch heutzutage, da hat sich nichts dran geändert, sich an irgendwelche verstorbenen Heiligen zu wenden. Das ist buchstäblich vom Teufel. Und rate mal was, wegen all diesem Götzendienst, wegen all diesen teuflischen Bräuchen hat Gott die Völkerkanne an vertrieben und hat sie vernichtet. Und genau das wird auch Katholiken widerfahren. Aber wir sind Christen, wir dienen Gott. Ja, ihr dient euren Pseudogöttern, die Dämonen sind. Was wäre ein weiterer Brauch zu Halloween? Sich gruselig zu verkleiden, Kürbisse auszuschneiden. Aber weißt du, wozu das eigentlich traditionell dient? Um böse Geister abzuwehren. Geister von Menschen, die auf die Erde zurückkommen und irgendwie Rache üben wollen an denen, die ihnen was zu Leide getan haben. Und die sollen dann abgewehrt werden. Nun, wir wissen natürlich, dass es nicht wirklich Geister gibt von Verstorbenen, die auf die Erde zurückkehren oder so ein Quatsch. Sondern was sind das für Geister, an die sich eben auch Katholiken wenden? Es sind Dämonen. Und diese bösen Geister, die sollen abgewehrt werden. Die Bibel sagt aber im Judasbrief, der Erzengel Michael dagegen, als er mit dem Teufel Streit hatte und über den Leib Moses verhandelte, wagte kein lästernes Urteil zu fällen, sondern sprach der Herr strafe dich. Diese aber lästern alles, was sie nicht verstehen und so weiter. Also sogar der Erzengel Michael, der viel mächtiger ist als wir, hat es nicht gewagt, dem Teufel direkt zu widerstehen. Irgendwie böse Geister abzuwehren, um das jetzt eben auf Halloween zu übertragen. Es ist so, wir haben als Menschen nicht die Macht, um gegen den Teufel anzukommen, um gegen Dämonen anzukommen. Und das ist aber genau das, was eben Irrlehrer tun. Deswegen wird darüber gesprochen im Judasbrief. Es geht um Irrlehrer, die meinen, sie könnten einfach dem Teufel widerstehen. Der Witz an der Sache ist, dass sie selbst vom Teufel besessen sind, dass sie selbst von Dämonen besessen sind. Und sie wollen dem Teufel widerstehen, aber der Erzengel Michael dagegen, der natürlich viel mächtiger ist als wir, wagte kein lästernes Urteil zu fällen, sondern sprach, der Herr strafe dich. Wir sind nicht stärker als der Teufel, wir können nicht mit unserer eigenen Kraft Dämonen abwehren durch irgendwelche gruseligen Verkleidungen oder durch irgendwelche Kürbisse, die wir ausschneiden. Und das sieht alles ganz lustig aus, aber es ist nur so lange lustig, bis du den Teufel einlädst. Es spielt aber letzten Endes keine Rolle, ob du Halloween irgendwie als weltlich siehst oder als katholischen brauchst. So oder so ist es heidnisch, es kommt vom Teufel. Es ist so oder so eine Verharmlosung von teuflischem, von dämonischem, von bösem allgemein. Und das kann alles ganz lustig sein. Ja, du kannst ein Spiel daraus machen, bis du eben den Teufel einlädst. Und Leute lassen sich auf den Teufel ein, ohne sich dessen wirklich bewusst zu sein. Denn hier ist das Ding. Ungläubige können von Dämonen besessen werden. Wir als Christen können das Gott sei Dank nicht. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist auf den Tag der Erlösung. Aber Ungläubige sind dafür offen. Ob sie das absichtlich wollen oder nicht. Und das scheint alles ganz lustig. Ja, Halloween, da geht es nur darum, dass Kinder sich verkleiden irgendwie als bestialisches Monster oder als Teufel. Ich meine, was ist denn dabei? Ja, bis du eben den Teufel einlädst. Und das ist, was einige Leute buchstäblich gemacht haben in einigen alten Bräuchen. Wie zum Beispiel, dass Kerzen angezündet wurden, um verstorbene Seelen einzuladen. Oder dass Essen auf dem Tisch stehen gelassen wurde für verstorbene Verwandte. Damit sie etwas zu essen haben. Sie laden diese verstorbenen Seelen ein. Was sind das wohl? Dämonen. Sie laden buchstäblich Dämonen ein. Sie laden den Teufel zu sich nach Hause ein. Und es gibt interessanterweise ein sehr ähnliches Fest wie Halloween in Mexiko. Und zwar Dia de los Muertos. Also Tag der Toten. Und an diesem Tag der Toten sieht man auch überall Totenköpfe. Es ist einfach, genauso wie Halloween, ein Fest des Todes. Ein Fest des Teufels. Und sie bauen Altäre für verstorbene Verwandte. Sie bringen Opfer da für verstorbene Seelen. Sie laden verstorbene Seelen zu sich nach Hause ein. Sie laden Dämonen ein. Und es sollte wirklich nicht verwunderlich sein für dich, dass es diese Bräuche überall auf der ganzen Welt gibt. Egal, ob das europäischen Ursprungs ist, ob das in Mexiko ist, egal wo. Du findest überall im Grunde genommen genau dieselben Bräuche. Warum? Weil es Heiden sind, die keine Hoffnung haben. Die Bibel sagt in 1. Thessalonischer Kapitel 4, Vers 13 bis 14. Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so würde Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Wir sollen nicht trauern wie diejenigen, die keine Hoffnung haben. Leute da draußen, Heiden, Ungläubige, sie haben buchstäblich keine Hoffnung. Das Einzige, was sie erwartet, ist der Tod. Deswegen feiern sie den Tod. Halloween ist ganz einfach eine Feier des Todes. Aber weißt du, was Tod ist nicht witzig. Tod ist kein Grund zum Feiern. Ob das Halloween ist oder Dia de los Mertos. Diese Leute erwartet der Tod und zwar die Hölle. Heiden da draußen, Ungläubige, sie haben keine Hoffnung. Da können sie noch so lange beten für ihre verstorbenen Verwandten im Fegefeuer, das es gar nicht gibt. Sie werden dort nicht rauskommen und sie werden selbst zur Hölle fahren. Ich meine, wenn jemand den Tod feiert, nun, weißt du was, dann wird der Tod dich ereilen. Wenn du den Tod toll findest, wenn du etwas Lustiges daraus machst, auch Halloween, super, ja, wir können uns als Teufel verkleiden und den Tod feiern. Nun, weißt du was, du wirst zur Hölle fahren, wenn du den Tod toll findest und wenn du nichts vom Herrn Jesus Christus wissen willst. Woher weiß ich das? Denn die Bibel sagt in Sprüche Kapitel 8, Vers 36, wer aber mir sündigt, tut seiner Seele Gewalt an. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. Das sagt mir etwas über all diese Leute, die Halloween feiern oder die Dia der Los Meritos feiern, die den Tod toll finden. Möglicherweise hassen sie Gott. Zumindest haben sie keine Furcht vom Herrn. Und mir ist klar, dass natürlich Kinder ganz einfach mitmachen, weil sie denken, dass es irgendwie lustig wäre, dass es irgendwie Spaß wäre. Aber es ist kein Spaß. Und wenn du deine Kinder Halloween feiern lässt, dann bist du dumm. Wenn du als Erwachsenen Halloween feierst, dann bist du noch dümmer. Ich meine, du liebst den Tod. Offensichtlich hasst du Gott. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. Das, was Heiden fürchten, was sie gleichzeitig feiern, den Tod, wird über sie kommen. Denn die Bibel sagt in Sprüche Kapitel 10, Vers 24, was der Gottlose fürchtet, das wird über ihn kommen. Katholiken fürchten den Tod. Sie beten für Verstorbene, dass sie endlich aus dem Fegefeuer rauskommen, weil sie ihnen keine Hoffnung haben und weil sie den Tod fürchten. Denn sie wissen nie, ob sie in den Himmel kommen. Sie haben keine Sicherheit und sie werden zur Hölle fahren, leider. Aber genau das, was sie fürchten, wird eben über sie kommen. Denn es ist eine ziemlich dumme Idee, den Tod zu feiern. Als kommerzialisiertes Fest, als Halloween. Das irgendwie als Spaß zu betrachten. Es sind natürlich die Katholiken, die das irgendwie umdeuten wollen. Von wegen, sie machen sich lustig über den Tod, sie machen sich lustig über den Satan und Gott hat ja den Tod besiegt. Aber es ist eine gute Idee, sich über den Tod lustig zu machen, sich über den Teufel lustig zu machen. Wo die Bibel uns eindeutig davor warnt, wir können nicht gegen den Teufel ankommen. Wir sollten uns nicht darüber lustig machen, über höhere Mächte als wir. Als Christen sollten wir kein Halloween feiern. Es ist ein Fest des Todes. Und muss ich dir wirklich sagen, dass wir damit nichts zu tun haben sollten? Ich meine, ich dachte, unser Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Ich dachte, Jesus selbst sagt in Johannes Kapitel 11, Vers 25, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Aber wenn du unbedingt am 31. Oktober Menschen gruseln willst, dann lass mich dir eine Anleitung geben, wie du das als Christ tun kannst. Die Bibel sagt in Sprüche Kapitel 29, Vers 7, 25, ein verkehrter Mensch ist dem Gerechten ein Gräuel. Wer aber richtig wandelt, ist ein Gräuel für die Gottlosen. Sei ein Gräuel für die Gottlosen. Grusle die Gottlosen, indem du ein gerechtes Leben lebst. Wer aber richtig wandelt, ist ein Gräuel für die Gottlosen. Siehst du, als Christen brauchen wir kein Halloween. Wir können jeden Tag Menschen gruseln. Wir können jeden Tag Gottlose gruseln, indem wir ein gerechtes Leben leben. Ich hoffe, diese Folge hat dir geholfen. Gottes Segen, bis morgen. Amen.